Servus, ich bin der Uwe Weitzer, die meisten kennen mich unter NinjaDog und das ist mein Bewerbungsvideo. Staffel 8, endlich ist es soweit, meine Staffel für die Vorrunde, um nicht deppert auszuschauen und fürs Halbfinale habe ich Langknoo trainiert, aber Finale, jetzt bist du dran! Und dann fragen sich alle, was macht denn der Noah aus der Ninja, der NinjaDog? Buschi, ankommen die Nachricht, ankommen! Leute, ich bin sowas von bereit für Staffel 8, also wir sehen uns in Köln!